Wir bewegen uns durch unsere Umwelt und werden in jeder Sekunde mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Reizen konfrontiert, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Genauso gut ist es möglich, dass wir in einen Tagtraum abdriften und alles um uns herum ausblenden. Beides kommt euch bestimmt bekannt vor und wirft die Frage auf, wie kommt eigentlich die Welt in unseren Kopf? Wenn wir diese Frage beantworten möchten, müssen wir uns mit dem Prozess der Wahrnehmung befassen und genau das machen wir jetzt. Unsere Sinnesorgane sind unser Zugang zur äußeren Welt. Mit unseren Augen, unserer Nase, unserem Mund, unseren Ohren und unserer Haut nehmen wir Einzelinformationen auf, die dann vom Gehirn weiterverarbeitet werden. Dabei können wir uns auf unsere Sinne verlassen und nehmen die Welt so wahr, wie sie ist, richtig? Werft doch mal einen Blick auf dieses Bild. Seht ihr hier zwei Köpfe im Profil, die sich anschauen, oder seht ihr eine Art Kelch vor einem weißen Hintergrund? Je nachdem, worauf ihr euch konzentriert, seht ihr entweder das eine oder das andere. Allein bei dieser optischen Täuschung wird deutlich, dass wir unseren Augen bzw. unseren Sinnen allgemein scheinbar nicht immer trauen können. Tatsächlich ist die Wahrnehmung weniger als ein Abbilden der Wirklichkeit zu verstehen, sondern ein komplizierter Konstruktionsprozess. Die physische Energie aus der Umwelt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, muss zunächst vom Gehirn zu Nervensignalen inkodiert werden. Nehmen wir zur Veranschaulichung unser Ohr. Die Schallwellen aus der Umwelt werden vom Trommelfell in mechanische Schwingungen umgewandelt. Erst durch diese Umwandlung können die Signale verstanden und weiterverarbeitet werden. In einem nächsten Schritt muss das Gehirn aus der Vielzahl an eingehenden Informationen eine selektive Auswahl treffen. Was ausgewählt wird, steht in Abhängigkeit zu den aktuellen Gedanken, Motivationen und Gefühlen. Gerade strebt ihr vermutlich danach, etwas über die menschliche Wahrnehmung in Erfahrung zu bringen. Aber mal was anderes. Nehmt ihr eigentlich gerade wahr, wie eng eure Kleider an der Haut anliegen? Oder wie wenig Platz eure Zunge in eurem Mund hat? Oder ob ihr gerade ein wenig Hunger habt? Natürlich nehmt ihr das wahr, schließlich werden diese Informationen von euren Sinnen aufgenommen und vom Gehirn weiterverarbeitet. Aber bis ich euch eben darauf aufmerksam gemacht habe, waren euch diese Wahrnehmungen nicht bewusst. Und tatsächlich ist es somit den meisten unserer Wahrnehmungen. Einer Schätzung zufolge nehmen unsere 5 Sender pro Sekunde 11 Millionen Bits Informationen auf, von denen wir bewusst nur etwa 40 verarbeiten. Dass unser Gehirn die meisten der eingehenden Informationen filtert, ist notwendig, um überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können. Andernfalls werden wir schlicht und ergreifend kognitiv komplett überlastet und damit handlungsunfähig. Ein ganz entscheidender Faktor bei der Auswahl von Informationen zur bewussten Verarbeitung ist der Grad der Aufmerksamkeit. Die Reize, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten, nehmen wir bewusst wahr. Andere Informationen blenden wir aus. Glaubt ihr nicht? Dann überzeugt euch selbst mit der Monkey Business Illusion. Das Video dazu habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Es geht keine zwei Minuten und bietet euch die Möglichkeit zu erfahren, wie begrenzt die bewusste Verarbeitung von Informationen tatsächlich ist. Nehmt euch also an der Stelle gerne kurz Zeit und schaut es euch an. Ein weiterer entscheidender Verarbeitungsprozess dient dem Zweck, Strukturen und Ordnungsprinzipien in den Sinneseindrücken auszumachen. Unser Gehirn strebt danach, Sinn und Ordnung in die Reize aus der Außenwelt zu bringen. Zu diesem Zweck müssen die einzelnen Sinneseindrücke zu einem zusammenhängenden Gesamteindruck zusammengefügt werden. Und im Schaffen von Sinn und Ordnung ist unser Gehirn wirklich erstaunlich gut. Das könnt ihr mit diesem Bild hier selbst erfahren. Im ersten Moment nehmt ihr vermutlich einfach nur schwarze Kleckse und Flächen vor einem weißen Hintergrund wahr. Automatisch versucht euer Gehirn nun, die Kleckse zu organisieren. Womöglich gelingt es euch schon nach kurzer Zeit, einen Dalmatiner zu erkennen. Also die Kleckse zu einem Dalmatiner zu organisieren. Wenn euch das gelungen ist, organisiert ihr auch den Rest des Bildes. Womöglich erkennt ihr nun eine Landschaft und im Hintergrund einen Baum vor einem Bach. Bei der Organisation von Reizen fließen, wie bei der Selektion auch, Einstellungen, Vorkenntnisse oder auch Motive mit ein. Wenn ich in einer lauen Sommernacht in den Himmel schaue, dann sehe ich willkürlich angeordnete helle Punkte am Firmoment. Jemand, der sich mit Astronomie auskennt, kann die Reize im Gegensatz zu mir ordnen und zu Sternenbildern organisieren. Aber nicht nur persönliche Vorerfahrungen oder Vorwissen, sondern auch andere individuelle und soziale Besonderheiten haben einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Zu den individuellen Faktoren, die sich auf unsere Wahrnehmung auswirken, gehört zum Beispiel die eigene Rolle und die damit verbundenen Motive, Bedürfnisse und Interessen. Auch dies könnt ihr mit einer kurzen Übung selbst erfahren. Nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen und konzentriere dich auf dich selbst. Lass dann deinen Blick für wenige Minuten durch den Raum schweifen und beobachte, was du wahrnimmst. Du kannst das Video hier kurz pausieren, um dich besser auf die Übung einzulassen. Schlüpfe im nächsten Schritt in eine andere Rolle, nämlich in die eines Diebes und wiederhole die Übung. Was nimmst du in deiner neuen Rolle wahr? Je nachdem, in welche Rolle ihr euch versetzt, kommt ihr zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Als Dieb sind euch vermutlich Wertgegenstände und potenzielle Einbruchsmöglichkeiten aufgefallen, wohingegen ihr in eurer eigenen Rolle ganz andere Dinge wahrgenommen habt. Auch eure Stimmung und eure körperliche Verfassung haben einen Einfluss auf eure Wahrnehmung. Ihr seid doch bestimmt schon mal hungrig einkaufen gegangen. Allein schon der Anblick einzelner Produkte lässt einen das Wasser im Mund zusammenlaufen und wenn dann auch noch in der Backabteilung der Geruch von frisch gebackenem Brot dazukommt, ja dann gibt es kein Halten mehr. Bemerkbar macht sich diese positive Wahrnehmung der Nahrungsmittel dann sowohl im Einkaufswagen als auch an der Kasse. Ganz anders nehmen wir das Sortiment im Laden wahr, wenn wir satt einkaufen gehen oder schlecht drauf sind. Zu den Motiven, Bedürfnissen und Interessen sowie der eigenen Stimmung und der körperlichen Verfassung lassen sich noch eine ganze Reihe weiterer individueller Faktoren hinzuzählen. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf den Einfluss von Erwartungen, Einstellungen und Vorurteilen auf unsere Wahrnehmung eingehen. In der Literatur gibt es hierzu zahlreiche Beispiele, Effekte und Theorien. Wenn ihr euch näher mit dem Thema beschäftigen wollt, dann informiert euch doch mal über die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung, über Fehler in der Personenwahrnehmung, wie beispielsweise den Rosenthal-Effekt, oder über den Begriff der sich selbsterfüllenden Prophezeiung. Ihr bekommt dort sehr eindrücklich aufgezeigt, wie eure Überzeugungen eure Wahrnehmung beeinflusst und welche konkreten Auswirkungen das auf euer Handeln haben kann. Um an dieser Stelle jetzt nicht nur auf weiterführende Quellen zu verweisen, möchte ich die Bedeutung unserer Überzeugungen für unsere Wahrnehmung kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Ihr alle wart doch bestimmt schon mal davon überzeugt, dass sich andere Personen hinter eurem Rücken über euch lustig machen oder schlecht über euch reden. Diese Überzeugung bestimmt nun, was ihr in bestimmten Situationen wahrnehmt, fühlt oder auch denkt. Vielleicht habt ihr wahrgenommen, wie andere miteinander tuscheln, verstohlen oder verächtlich zu euch rüberschauen, womöglich sogar über euch lachen. Aber habt ihr die geschilderte Situation so wahrgenommen, weil es wirklich so war? Oder weil ihr davon überzeugt wart, dass es wirklich so ist? Und selbst wenn ihr jetzt sagt, dass es wirklich so war, kann es dann nicht trotzdem so sein, dass ihr euch entsprechend eurer Überzeugungen von vornherein gegenüber den anderen abweisend verhalten und dadurch erst das bei den anderen beobachtete Verhalten ausgelöst habt? Ich weiß, das klingt irgendwie verrückt, aber alles, was ihr bis zu diesem Punkt über den Prozess der Wahrnehmung gehört habt, sollte euch schon klar vor Augen geführt haben, dass der Wahrheits- und Realitätsgehalt unserer Wahrnehmung durchaus angezweifelt werden kann. Wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, hängt nicht nur von individuellen, sondern auch von sozialen Faktoren ab. Beispielhaft verdeutlichen möchte ich dies zunächst mit Schönheitsidealen. Links seht ihr eine Frau mit Lippenteller. Um diese Lippenteller einzusetzen, wird die Unterlippe aufgeschnitten und durch das Einsetzen immer größerer Teller weiter gedehnt. Tellerlippen entsprechen dem Schönheitsideal verschiedener afrikanischer und amerikanischer Ethnien. Für uns mag das befremdlich sein. Die junge Frau auf dem rechten Bild entspricht eher dem Schönheitsideal westlicher Kulturen, die durch Belichtung und Nachbearbeitung erzielte Optik und die Art der Pose wird wohl umgekehrt für die Frau mit dem Lippenteller eher merkwürdig als schön sein. Das Beispiel mit dem Schönheitsideal lässt sich der Kategorie Kultur zuordnen. Auch mit dem Vergleich von kulturell geprägter Kleidung, Musik oder Moral hätte veranschaulicht werden können, wie unser soziales Milieu unsere Wahrnehmung beeinflusst. Neben den kulturellen Begebenheiten beeinflussen auch soziale Wert- und Normvorstellungen und andere Personen unsere Wahrnehmung. Erwiesenermaßen hat die Gruppe einen Einfluss auf die Wahrnehmung, jedes Einzelnen. Womöglich findet ihr hierzu sogar ein Beispiel aus eurer eigenen Biografie. Denkt doch mal an verschiedene Personengruppen. Eure Familie, eure Freunde, eure Arbeitskollegen. Erinnert ihr euch an eine Situation, in der ihr innerhalb einer Gruppe eine Wahrnehmung geäußert habt, die von den anderen nicht geteilt wurde, weswegen ihr an eurer eigenen Wahrnehmung gezweifelt habt? Teilt eure Erfahrungen gerne mit den anderen in den Kommentaren. Welches Fazit könnte man an dieser Stelle ziehen? Die menschliche Wahrnehmung ist komplex und fehleranfällig. Von einem Abbilden der Realität kann kaum eine Rede sein, da unsere Wahrnehmung durch eine Vielzahl von Faktoren verfälscht wird. Zu einem Großteil ist die Wahrnehmung ein Machwerk der wahrnehmenden Person, wobei sich diese über die eigene Konstruktionsleistung selten bewusst ist. Ihr habt durch dieses Video einen differenzierten Einblick in den Prozess der Wahrnehmung bekommen und seid nun potenziell dazu in der Lage, eure Konstruktionen zu reflektieren und zu hinterfragen. Dies zu leisten, ist weiß Gott nicht immer leicht, kann aber beispielsweise dazu beitragen, unreflektierte Annahmen als falsch zu erkennen und zu revidieren. Womöglich gelingt es euch dadurch, euch selbst und andere besser zu verstehen und positive Beziehungen aufzubauen. Wenn das euer Ziel ist, dann werft gerne mal einen Blick in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Wenn ihr hingegen gerade eure Realität anzweifelt und es ziemlich faszinierend findet, dann empfehle ich euch einen Blick in die Überlegungen von Platon oder Paul Watzlawick zu werfen. Zu allen dreien habe ich Videos veröffentlicht. Zu den von mir verwendeten Quellen und zum Skript gelangt ihr über die Videobeschreibung. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.